Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach den Demonstrationen in Griechenland, Spanien und Portugal richtet sich jetzt auch in unserem Nachbarland Frankreich der Zorn des Volkes gegen die Regierung. Unsere Tagesthemen. Umstrittenes Programm, Franzosen gegen Sparpolitik. Umkämpfter Markt, Essen für die Schule. Und um jubelter Sieg. Frankfurt bleibt den Bayern auf den Fersen. Er hatte ein sozialeres Frankreich versprochen. Ein Frankreich, das sich in der Finanzkrise nicht an der rigiden Sparpolitik des Bündnisses Mercosy orientiert, sondern das Wachstum durch Ausgaben ankurbelt. Genau dafür hat die Mehrheit der Franzosen den Sozialisten François Hollande gewählt. Doch offenbar hat der neue Präsident einsehen müssen, das Wahlversprechen aus der Oppositionsrolle heraus einfacher zu machen, als in der Regierungsverantwortung einzulösen sind. Ein, Zitat, Kampfhaushalt mit Milliarden Einsparungen stellte sein Premier diese Woche vor. Und auch das sorgte dafür, dass heute erstmals Zehntausende gegen Hollande und seinen Kurs durch die Straßen von Paris zogen. Alice Fröder. Mit der Metro zur Demo. Bei strahlendem Sonnenschein ist das für Claire und Julian Combe ein Familienausflug. Knapp fünf Monate sind die Sozialisten an der Macht. Die Enttäuschung über die Sparpolitik bringt die Combes jetzt auf die Straße. Zehntausende demonstrieren zusammen mit ihnen gegen Präsident Hollande und seine Regierung. Wenn ab Dienstag die Nationalversammlung über den Fiskalpakt berät, fürchten auch die Combes, dass sie darin festgelegte Schuldenbremse zu harten Einschnitten führt. Die Sparpolitik wird von sehr vielen Franzosen abgelehnt. Wir sind nicht allein, auch wenn es in den Medien oft ganz anders dargestellt wird. Die Wut trifft auf Präsident Hollande. Er habe im Wahlkampf ein soziales Frankreich versprochen, habe gesagt, dass er auf allzu harte Sparmaßnahmen verzichten werde. Davon sei heute nichts mehr zu spüren. Ich will ein Referendum. Früher wollten das die Sozialisten auch. Aber jetzt, wo sie an der Macht sind, wollen sie das nicht mehr hören. Ein ehemaliger Sozialist führt die neue Protestbewegung an. Jean-Luc Mélenchon. Zusammen mit anderen linken Gruppierungen und Gewerkschaften hat er in ganz Frankreich mobil gemacht. Es gibt zwei verschiedene Bewegungen in Europa, die sich gegenüberstehen. Das Europa der Sparmaßnahmen, der Banken und der Regierungen, die sie unterstützen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Europa der Völker, die vereint sind in einer Bewegung. Eine Bewegung, die durch ihr eindeutiges Nein zum Sparen vereint ist. Die Entwicklung in Griechenland und Spanien betrachten Claire und Julien Combe mit großer Sorge. Wenn die ganze Macht bei der Finanzwelt bleibt, dann wird es auch an dem Tag mit Frankreich vorbei sein, an dem uns die Märkte fallen lassen. Deshalb werden sie bald wieder mit ihrer Fahne auf die Straße gehen. Die nächsten Demonstrationen sind bereits angekündigt. Von den drei Bundeskanzlern, die die SPD bisher gestellt hat, hat die Partei nur einen wirklich geliebt. Nicht umsonst trägt die Parteizentrale den Namen Willi Brandhaus. Helmut Schmidt und Gerd Schröder dagegen wurden respektiert. Streckenweise wehte ihnen aber fast schon mehr Gegenwind aus den eigenen Reihen als aus der Opposition entgegen. Peer Steinbrück könnte diese Erfahrung schon als Kanzlerkandidat machen. Seine Bitte gestern beim Landesparteitag in Nordrhein-Westfalen, die Basis möge ihm doch auch etwas Beinfreiheit gewähren, wurde mit so manchem Buhruf quittiert. Und so wird der Kandidat, der seine Parteifreunde einst als Heulsusen beschimpfte, sie erst einmal mit sich versöhnen müssen. Norbert Karius. So ein richtiger Parteikuschelbär ist Peer Steinbrück nicht. Vor allem die Linken in der SPD hat er bisweilen brüsk runtergeputzt. Sein Sarkasmus ist gefürchtet. Trotzdem, so meint sein Parteichef, sei er der Richtige, die Sozialdemokraten einig in den bevorstehenden Bundestagswahlkampf zu führen. Ich halte ja nicht so viel von dieser Flügeldebatte, weil bevor man über das Flügel flagen und fliegen redet, soll man am besten erst mal laufen können. Dazu braucht man zwei Beine und ein gutes Zentrum. Zum Flügelschlagen besteht morgen wieder Gelegenheit. Dann will der Parteivorstand nicht nur Steinbrück offiziell als Kanzlerkandidat nominieren, sondern auch das Rentenkonzept so nachbessern, dass die Partei Linke es mittragen kann. Die Zeit der Basta-Politik ist in der SPD vorbei. Darüber sind wir uns seit der krachend verlorenen Bundestagswahl 2009 alle einig. Wenn man gewinnen will, muss man über den linken Flügel, über den rechten Flügel und in der Mitte spielen und immer aufs gegnerische Tor schießen. Da bleibt nicht so viel Platz für die Beinfreiheit, die sich der Kandidat ausdrücklich ausbedungen hat. Und der Spielraum wird noch enger, wenn es für Rot-Grün am Ende doch nicht ganz reichen sollte. Wenn man in die Vergangenheit schaut, muss man sagen, mit Per Steinbrück wird ein Politikwechsel wohl schwer möglich sein, weil er hat die Agenda 2010 und das heißt Lohnkürzung und Hartz IV mit zu verantworten. Steinbrück sagt, mehr Sozialstaat nicht finanzierbar. Die SPD will mit dem Rentenkonzept genau das. Wer hat also das Sagen? Steinbrück in der SPD oder die SPD über Steinbrück? Irgendwie muss Steinbrück nun den Spagat zwischen Sparsamkeit und Sozialpolitik hinkriegen und sich dabei selbst treu bleiben. Ein knappes Jahr hat er Zeit, seine Partei und die Wähler zu überzeugen. Der türkische Ministerpräsident Erdogan hat seine islamisch-konservative Partei AKP auf den Kurs für die kommenden Jahre eingeschworen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakas. Auf dem Parteitag in Ankara wurde Erdogan am Abend mit großer Mehrheit zum dritten Mal zum Vorsitzenden der AKP gewählt. Vor tausenden Delegierten hatte er zuvor die Bedeutung von politischer Stabilität und Wirtschaftswachstum für den Machterhalt betont. Zugleich kündigte Erdogan neue Bemühungen zur Beilegung des Kurdenkonflikts an. Die kurdische Volksgruppe forderte er auf, sich von der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu distanzieren. Bei einer Anschlagsserie im Irak sind mindestens 32 Menschen getötet worden. Mehr als 100 wurden verletzt. Die Autobomben detonierten in mehreren Städten. Gleich drei Explosionen ereigneten sich nördlich von Bagdad in der Stadt Tatschi. Zu den Taten bekannte sich bislang niemand. Seit dem Abzug der US-geführten Truppen verüben Extremisten im Irak mindestens einen schweren Anschlag pro Monat. Vertreter der Union haben die FDP aufgefordert, im Streit über das Betreuungsgeld schnell einzulenken. CSU-Chef Seehofer sagte, seine Partei werde das Vorhaben mit aller Konsequenz weiter verfolgen. Die FDP dürfe nicht glauben, sie könne sich schleichend aus dem Projekt verabschieden. Unionsfraktionschef Kauder warnte die Liberalen in der Bild am Sonntag davor, das Regierungsbündnis durch eine Blockade zu gefährden. Bei der Lufthansa sind die Probleme mit verunreinigter Kabinenluft offenbar größer als bislang bekannt. Nach dem beinahe Absturz einer Germanwings-Maschine hat der Mutterkonzern nun auch Probleme mit dem Großraumflugzeug A380 eingeräumt. Ein Unternehmenssprecher sagte der Welt am Sonntag, dass aufgrund von Dämpfen bereits mehrfach die Triebwerke gewechselt werden mussten. Lufthansa lasse nun ein Warnsystem entwickeln, das die Kabinenluft analysieren soll. Nach 3 Monaten Vollsperrung ist die A40 bei Essen wieder freigegeben. Die rund 20 Mio. Euro teure Sanierung war eine bundesweite Premiere. Noch nie wurde eine so große Baustelle komplett gesperrt, um die Arbeiten zu beschleunigen. Eine schrittweise Sanierung hätte 2 Jahre gedauert. Wenn Sie Ihr Kind morgens in die Schule oder in den Kindergarten bringen, dann vertrauen Sie darauf, dass es dort nicht nur die richtige Nahrung für Geist und Seele bekommt, sondern auch für den Magen. Denn mittlerweile erhalten da immer mehr Kinder und Jugendliche auch ihr Mittagessen. Dieses Vertrauen dürfte nun gründlich erschüttert sein. Denn in gleich mehreren ostdeutschen Bundesländern sind seit Dienstag fast 8.500 Kinder an einer rätselhaften Magen-Darm-Infektion erkrankt. Das Robert-Koch-Institut spricht vom bisher mit Abstand größten Ausbruch einer solchen Erkrankung, wahrscheinlich durch Lebensmittel bedingt. Im Visier des Krisenstabs, der mittlerweile gebildet wurde, stehen die Kantinen der betroffenen Schulen und Kitas. Claudia Berlin. Morgen wird im Karl-Schmidt-Rottluft-Gymnasium in Chemnitz wieder gelernt. Zwei Tage war die Schule geschlossen, wegen akuter Magen-Darm-Erkrankungen. In Ostdeutschland hatte es mehr als 8.300 Schüler und Lehrer erwischt, allein in Sachsen rund 2.800. Der bisher größte Krankheitsausbruch, der durch Lebensmittel verursacht wurde. Denn Schuld soll das Kantinenessen sein. Elternvertreter Leif Wetzel ist davon kaum überrascht. Man muss mit so etwas immer rechnen, weil Viren sind nun mal täglicher Begleiter unseres Lebens. Aber diese große Struktur begünstigt diese Verbreitung dieser Viren, weil das natürlich wie so multiplikater wirkt, wenn man das über mehrere Bundesländer verteilt. Die große Struktur, das ist Sodexo, der Keterer, der die betroffenen Einrichtungen beliefert hat. Einer der größten Essenslieferanten weltweit mit knapp 400.000 Mitarbeitern. Die Firma sah sich bislang zu Unrecht verdächtigt. Heute aber ist sich die von Bund und Ländern eingesetzte Taskforce sicher. Wir können jetzt sagen, dass es wohl einen Zusammenhang gibt zwischen dem Kantinenessen und dem Ausbruch, der am 26. und 27. September in den 5 Bundesländern stattgefunden hat. Dass das wohl durch ein Kantinenessen verursacht worden ist. Die Experten bezweifeln jedoch, dass ein Norovirus die Brechdurchfälle ausgelöst hat. Die Symptome sprechen dagegen. Möglich wären auch Bakterien, die Gifte bilden. Das wird weiter untersucht. Einige Sodexo-Großküchen wie diese in Thüringen bleiben vorerst geschlossen. Den Chemnitzer Elternvertretern ist das nicht konsequent genug. Sie fordern schon seit Jahren, dass möglichst in Schulen und Kitas selbst gekocht wird, auch wenn das Essen dadurch teurer würde. Wir leben heute in einem System, wo große Teile der Wirtschaft und der Industrie eh schon finanziert werden über Subventionen als Steuern. Davon kann man jetzt denken, was man will. Aber dann sollte man mit dem Zeitgast gehen und sagen, na gut, wenn das eh so ist, dann werden wir doch wohl die paar Euro für ein ordentliches, gesundes Essen für die Kinder auch noch irgendwo auftreiben. Eine solche Entscheidung aber braucht Zeit. Fürs Erste können die Eltern jetzt aufatmen. Es gibt so gut wie keine neuen Krankheitsfälle. Ja, auch wenn Felix Magand sagt, sie ist wenig aussagefähig, wir schauen trotzdem auf die Tabelle nach dem 6. Spieltag. Die Bayern makellos vorne, 2 Punkte dahinter. Frankfurt gefolgt von Dortmund, Schalke, Hannover und dem 2. ganz starken Aufsteiger aus Düsseldorf. Die 2. Tabellenhälfte, angeführt vom HSV, Punktgleich dahinter jetzt die Mainzer und Nürnberg. Freiburg heute auf Rang 14 abgerutscht, genauso mit 5 Zählern auf dem Konto wie die folgenden Stuttgarter und Wolfsburg auf dem Relegationsplatz. Dahinter dann nur noch Kreuter, Fürth und Augsburg. Der Kenianer Geoffrey Mutai hat den 39. Berlin-Marathon gewonnen. Der große Favorit blieb zwar letztlich 37 Sekunden über der angepeilten Weltrekordzeit, erzielte aber mit 2 Stunden, 4 Minuten und 15 Sekunden eine neue Weltjahres-Bestleistung. Mutai gewann mit nur einer Sekunde Vorsprung vor Dennis Kimetto. Dritter wurde Geoffrey Kripsang, der damit den kenianischen Dreifacherfolg perfekt machte. Bei den Frauen siegte Aberu Kibede aus Äthiopien. Und das waren die Tagesthemen. Claudia Kleinert macht jetzt mit guten Nachrichten weiter. Das schöne Herbstwetter wird uns auch in den kommenden Tagen erhalten bleiben. Die Tagesschau meldet sich dann mit dem Neuesten gegen 1.10 Uhr. Und morgen begrüßt Tom Burosi wieder an dieser Stelle. Kommen Sie gut in die neue Woche. Tschüss. Kommen Sie gut in die Woche. Tschüss. Untertitelung. BR 2018